100 Züge hat es gedauert und viele, viele Folgen und so sieht die Weltkarte dann aus in Medieval 2 Total War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur letzten Folge. Dieses schönen Projekt ist, mit dem ich dann doch auch einiges an Spaß hatte, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich nicht wirklich was zu befürchten haben mehr. Wir haben eigentlich Großbritannien komplett vernichtet, haben jetzt hier auch genug Armeen, die nächsten Armeen sind auch schon unterwegs. Ähm, dann Boot Portugal ist neutral, Spanien ist auch mit mir im Krieg, aber das ist jetzt nichts Dramatisches, da können wir dann nachher, könnte wir rein theoretisch auch problemlos hinmarschieren. Ähm, ja ich überlege, ob wir vielleicht zum Spaß den Papst mal versuchen sollen anzugreifen, da hat er eh nichts drin, wir bringen den Papst immer regelmäßig noch um. Russland ist neutral mit mir, da macht es eigentlich keinen großen Sinn anzugreifen, ich würde halt gerne noch die eine polnische Provinz da oben erobern. Zumindest die eine Armee ist schon mal auf dem Weg dorthin, ich bräuchte vielleicht noch einen General, das ist ja gar nicht so schlecht. Arte, einmal dürft ihr raten, der war noch unterwegs, so, du gehst auch mit nach oben, guck mal, dass die letzte polnische Stadt noch erobern. Und dann schauen wir mal, was sich in der letzten Folge noch so alles entwickelt. Ich fand's jedenfalls eine sehr, sehr schöne Kampagne, werden wir die Runde einfach mal beenden. Ich fand's eine schöne Kampagne, das Spiel ist halt sehr stimmungsvoll, es ist ein sehr einfaches, simples Spiel, aber trotzdem komplex. Man kann vieles falsch machen, man kann auch vieles richtig machen, es gibt viele Möglichkeiten, Krieg zu führen. Diplomatie gibt's keine Möglichkeiten, weil Diplomatie existiert in dem Spiel eigentlich nicht, aber so ist es halt. Ähm, okay, machen wir halt Frieden. Soll ich jetzt 100 pro Runde zahlen, aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ja, da bewegen wir uns weiter Richtung der Schottland, würde ich sagen. Das ist eigentlich die stärkste Armee hier, wobei da nur Generäle drin sind. Das ist der Witz an der Sache. Eine reine Generalsarmee, das ist wirklich eine richtig starke Armee. Da ist Edinburgh. Können ja auch einige Söldner rekrutieren. Das ist nicht schlecht, da weiß ich Bescheid. Aber es ist aber einiges an Einheiten, muss ich tatsächlich gestehen. Machen wir jetzt hier erstmal einen Wachtturm hin, dass ich ein bisschen bessere Übersicht habe. Also bei Edinburgh gibt's auch nochmal eine schöne Schlacht. So, die Rebellenarmee machen wir kurz weg. Sagte er und ging dann den Umweg. So, die Jungs schicken wir mit nach oben dann. Kommen wir uns nächste Runde drum. Verstärkung könnte man natürlich auch nochmal schicken. Können wir nochmal Einheiten rekrutieren, rein theoretisch. Wenn schon, denn schon. Wir haben ja nur fähige Boys hier am Start. Und an unserem schönen Reich. Dem Krammreich. Äh, Masai ist auch noch eine große Armee übrigens stationiert. Zur Verteidigung, die brauchen wir aktuell überhaupt nicht. Vielleicht nehme ich die Armee einfach nach, nach Rom. Zum Papst. Greif mal den Papst an. Mal gucken, was passiert. Ich habe noch nie den Papst angegriffen in dem Spiel, glaube ich. Deswegen weiß ich das nicht. Oder ich habe es vergessen. Eins von beiden. Ähm, was ich mit den Boys mache. Wahrscheinlich alle nach Polen hochschicken, oder? Oder auch nicht. Vielleicht auch alle auflösen. Geht aber nicht. Man kann ja gar nicht alle Einheiten auf einmal auflösen. Das wäre zu einfach. Das ist leider nicht gewünscht von dem Spiel. Ja, Kai, lasst uns zuschlagen, Kaiser. Gut, dann bleibt ihr mal in Kiew. Geht auch nicht. Äh. Ja gut, die kann ich immer in Merchant. Das ist mal etwas. So, geht ihr mit dorthin. Die können wir auflösen. Die tun wir auch mit auflösen. Brücken wir halt alles wieder ein bisschen mehr Geld. Also wie sowas. Die brauchen wir alles gar nicht. Die sind alle so kaputt gekämpft. Die haben keine Einheiten mehr. Auch wenn die gute Erfahrungswerte haben. Dadurch, dass sie schon so viele Schlachten auch geschlagen haben für uns. Da schickt man dann lieber ein paar Einheiten mit zur Verstärkung. Dorthin. Da könnte man noch Söldner rekrutieren. Aber braucht man natürlich nicht in der Situation. Die ein paar Einheiten, die ich hier noch habe, die sind einfach zur Verteidigung. Zum Beispiel in Sofia sollte ich vielleicht ein paar Einheiten dazu rekrutieren. Falls Byzanz auf dumme Ideen kommt. So, der bewegt sich dorthin. Da habe ich noch einen Inquisitor. Der hat wieder irgendwelche dumme Sachen vor, glaube ich. Den müssen wir uns mal kümmern. Oh, der ist richtig stark. Aber wo richtig stark? Wo ist der Papst? Warum ist die Wahrscheinlichkeit, einen Diplomaten zu töten, geringer, als wenn ich einen Papst töten will? Sein Schicksal ist beschlossen, Kaiser. Muss mir auch mal irgendwann einen erklären. So. Können die Runde wieder beenden. Ah, ich habe ganz vergessen, den General zu bewegen. Und die Spanien, die wollen mich schon auf Frieden schließen. Ne, wollen sie nicht. Sizilien, die macht einen Knicks vor mir. So mag ich das. Immer schön auf die Knie. Aber es war nichts Sinnvolles. Schmerzschmiede gilt. Zeitmaschine wurde erschaffen. Ja, wunderbar. Dann können wir in der Zeit zurückreißen und Hitler töten. Achso, falsches Spiel. Oh, sorry. Sorry. Jetzt können wir natürlich ein paar Einheiten dazu rekrutieren. Damit ich meinen Ruf als Söldner-Anführer auch gerecht bleibe. Kommt mir vor, wie so eine mongolische Horde aktuell. Mit ganzen Einheiten, die ich umher schiebe. Ähm, haben wir irgendwelche fähigen Boys zur Verstärkung hier für ihn? Ja, hier oben. Leider viel zu weit weg. Oh, mein Attentäter ist gestorben. Och, Mann. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Ah, die Schotten haben sich aus ihrer Höhle getraut. Das ist auch schön. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Erstmal Söldner rekrutieren. Und dann erstmal die weg hier schlagen. So. Jetzt suchen wir wahrscheinlich mal gegen die eine Schlacht. Die wollen allerdings nicht kämpfen. So, du kommst nicht mehr weiter. Ah, die Schlacht hier wird ein bisschen eng. Aber wir machen erstmal die Armee komplett weg. Auch hier ein einfacher Sieg. Einfach, weil wir zu viel... Zu viele gute Einheiten haben. Und er war wahrscheinlich ein Kommando auch noch besser als sein Gegenüber. Die zwei bleiben zusammen. So. Nächste Runde ist dann Edie Burroughs selber dran. Das andere, was wir jetzt machen, ist, wir nutzen die Flotte. Weil Briten gibt es ja nicht mehr. Die Briten, die sind ja Geschichte. Den können wir jetzt hier ganz entspannt die Armee... Einfach nach Dublin direkt rüber schicken. Jetzt habe ich hier wieder Trebuchets. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Na, bitte auf Einheiten zu rekrutieren. Okay, man muss Paris nicht mit Trebuchets verteidigen. Ich meine, ich finde es sehr schön, wenn ihr das versucht. Und wenn ihr glaubt, das bringt was. Aber ich kann euch sagen, es bringt nichts. So, die kommt dahin zur Verstärkung. Damit mir keiner die Flotte wegschneidt. Also noch mehr Schiffe. Okay. So, euch habe ich dieses Mal nicht vergessen. Da ist er, die Gau. Uh, da ist eine starke Armee. Oh, ich habe ihn aus Versehen umgebracht. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Auftrag gegeben hatte. Aber ist jedenfalls tot. Ziel erreicht. Mission erfolgreich. Hat er Feigen gemacht, mein Freund. Dafür kriegst du eine nachher eine Gehaltserhöhung. Ich meine, ich zahle ihm zwar nichts. Und etwas mehr von nichts ist trotzdem nichts. Aber egal. Er kriegt trotzdem eine Gehaltserhöhung. So, den Kessel da oben umbringen. Lauter Bauverbesserungen. So. Söldner. Jawohl. Die nehmen wir natürlich immer gerne mit. Mal einen Wachtturm bauen. Da wollte keinerlei Einheiten. Da bin ich zufällig ein Trebuchet, oder? Na, jetzt habe ich keine. Weißt du, da brauche ich einmal ein Trebuchet. Da habe ich wieder keine. Das kannst du echt keinem erzählen. So. Die Schotten haben schon mal eine Niederlage einstecken müssen. Eine Armee dorthin. Kann auch noch Einheiten rekrutieren, ey. Die haben hier Söldner oben im Norden. Das Land der Söldner. So. Alter, da hat er Angst, oder was? Dann machen wir dasselbe jetzt auch nochmal mit der Armee. Klarer Sieg. Lösegeld abgelehnt. So. Und dann belagern wir natürlich diese wunderschöne Stadt noch. Machen die Armee noch weg, dass sie hier nicht zur Verstärkung kommen können. Für den Ruhm des Reiches. Und dann sollte das hier eigentlich gar kein Problem darstellen. So. Fortschrittlichste Seite sind natürlich wir. Wie kann man da was anderes anzweifeln? Oder andenken? So. Dorthin. Was ist mit meinen anderen Boys? Ihr seid zu langsam. Bis ihr da seid, vergehen 100 Jahre. Überlege gerade, ob wir auf dem Weg dorthin einfach Russland angreifen sollen. Ich meine, die können eh nichts dagegen machen, wahrscheinlich. Kiew ist ja eigentlich russisches Gebiet. Jetzt aktuell, früher war es, also, jetzt hier im Spiel meine ich. Ist glaube ich Kiew russisches Gebiet, oder auch nicht. Bin mir gar nicht sicher, ob er mit ihm will, Zweite Hotel War, oder ob das eine Rebellensiedlung ist. Kann auch sein. Und es gab einen erfolgreichen Dschihad. Herzlichen Glückwunsch. Konstantinopel wurde offiziell in die mongolische Herrschaft gebracht. Echt jetzt? Die Mongolen haben den Dschihad ausgeführt. Und mag mich in der Papst jetzt nicht. Die Seite begriff, einen Angriff gegen die Papststaaten zu starten, was eine sofortige Exkommunikation zur Folge haben wird. Wird das übrige Christentum euch ebenfalls den Krieg erklären. Dramatisch. Sehr, sehr dramatisch. Hab wirklich Angst. Meines Wissens nach, bin ich mit allen im Krieg, außer Portugal. Und ob Portugal mich wirklich groß juckt, weiß ich aktuell nicht. Vor allem können wir jetzt hier einfach wieder neue Einheiten rekrutieren. Eins, zwei, drei. Das andere, was ich nachher mache, ist einfach meine Armeen oben im Norden entlassen. Weil die mir eigentlich scheißegal sind. Weißt du, das klingt jetzt hart, aber dürft ihr nicht falsch verstehen. Die Männer sind mir natürlich nicht egal. Die werden ja einfach nur, die werden einfach nur in den Ruhestand geschickt und werden dann hier unten neu rekrutiert. Ja, das ist, versteht, was ich meine, oder? So, brauchen hier mehr Truppe noch. Schicken wir natürlich ihn gleich komplett mit hin mit all seinen Felgen, Jungs. Außer denen da, die kommen bitte weg. Könnt ihr alle da drauf? Jawohl. Dann einmal hier drüben bitte landen. Und dann wird Dublin auch noch fallen. Nächste Runde. So, das können wir jetzt angreifen. Durch ein klarer Sieg. Oh, das ist viel Geld. Und da ist ja noch eine Stadt. Ei, ei, ei. Die schotten auch noch aber raus hier mit Siedlungen. Kriegt die nur leider nichts. So, den machen wir auch noch weg. Oh, die haben mal was angenommen. Die schicken wir noch mit dazu. Ja, und euch. Wir werden erst mal wieder alle entlassen. Da gibt es ja leider keine Quick-Taste für, ne? Also das einzige Problem, weil ich aktuell ein bisschen habe mit dem Spiel, dass es keine Quick-Taste zum Auflösen von Einheiten gibt. Ähm, die tun wir weg. Die anderen behalten wir. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ja, damit ist gleich ganz Britannien unter unserer Herrschaft. Das leider erst in zwei Runden. Den Papst greifen wir natürlich auch noch an. Ja, das ist alles relativ entspannt. Ähm, ja, tun wir mal Riga belagern. Mal gucken, was passiert. Ah, noch eine Armee mit dabei. So, ihr marschiert jetzt einfach mal mit bei Russland vorbei. Ah, die wollen unsere Nachhut angreifen. Natürlich auch nicht so dumm. So, was können wir denn hier so rekrutieren? Am ersten Blick nicht viel, auf den zweiten Blick schon. Wie schaut's in Kiew aus? Wobei ich glaube nicht, dass hier gleich eine russische Armee um die Ecke kommen würde. Achso, hier ist es nicht automatisch. Auch interessant. Mal zwei von denen rekrutieren. Spanien! Hat mir nur so nicht einen Waffenstillstand geschlossen? Ah, euer nehme ich nicht an. Die Schotten. Die denken so, ja, ja, cool. Ja, jeder schließt mit denen Frieden. Ja, wir dann bestimmt auch. Oder wir sind noch dann Best Buddies. Oder ja, genau. Ich weiß nicht, ob die die Uhr nicht ticken gehört haben, aber die tickt aktuell auf Time to Say goodbye. Wurde so ähnlich? Aber ich glaube, Uhren singen nicht. Deswegen könnte das jetzt leicht falsche Darstellung sein. So, eine Diebesgilde. Eine deutliche Vision aus Norditalien. Ah, Brillen. Die Brille wurde erfunden. Soll Dublin einnehmen. Ja, was denkt ihr, was ich mit der Armee hier mache? Schach spielen oder was? Also manchmal denke ich echt, die wollen mich verarschen. So. Vier Leute habe ich verloren übrigens bei der Schlacht hier. Kann man machen. Kaum Verluste gemacht. Einzige, was ich jetzt hier entlassen werde, sind die Söldner und schwache Einheiten. Damit die Armee zumindest wieder etwas bei, augenscheinlich bei voller Stärke ist. Zumindest was die starken vollen Einheiten angeht. So, passt. Perfekt. Die schicken wir eh wieder woanders hin. Die schicke ich wahrscheinlich runter nach, keine Ahnung, Spanien oder Portugal oder sowas. Das wird belagert. Jetzt können wir uns noch um den Papst. Ist doch egal. Ist die letzte Folge. Greif mir den Papst an. Neuer Papst wurde gewählt. Krieg erklärt. Aktuell juckt es noch gar keinen, dass wir den Krieg erklärt haben. Bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn wir den Papst vernichtet haben. Ich weiß es nämlich nicht. Deswegen mache ich das eigentlich auch, weil ich es nochmal wissen will. Dann die Russen klären wir auch noch gleich an. Greif mir auch noch gleich an die Russen. So. Ja, jeder der denkt, man kann mit uns Frieden schließen oder neutral bleiben. Ist ein Narr. So, verstärken wir die Armee. Und die Polen haben ihre Armee abgezogen und damit ist Polen wahrscheinlich Geschichte, oder? Da oben ist noch Russland. Jawohl. Polen wurde vernichtet. Super. Klappt doch alles bestens. Automatisieren aus der Rekrutierung. Perfekt. Verluste haben fast keine gemacht. Da ein paar Einheiten. Da ein paar Einheiten weg, meine Güte. Das ist fast so, als ob wir gar keinen Kampf hatten. Fehl, Kaiser. Kaiser. Teilen die Einheiten. So, Krieg. Widerstand ist zwecklos. Die Flotte ist die Flotte. Kann ich das noch angreifen? Nee, erst nächste Runde. Na, schau mal. Was passiert, wenn der Papst surrendert? Und wir haben ja alles den Krieg erklärt. Aber wir sehen jetzt, wir haben ja eigentlich schon die halbe Karte erobert in der Zwischenzeit. Es gibt eigentlich niemanden mehr, der uns auch noch... Selbst wenn alle uns den Krieg erklären würden jetzt, dürfte das eigentlich keine große Gefahr darstellen. Und die Türken wollen auch mit uns halten. Nee, wollen sie nicht. Dachte, die wollen irgendwas von uns. Gilt, nehme ich ja grundsätzlich alle an. Ihn bringen wir um. Oder auch nicht, der ist gestorben. Ja, dein eigener Tod. Ja, der Papst hat einen schottischen Kardinal befördert. Aber das müsste eigentlich ein Sieg sein, aber das ist eine äußerst schlechte Werte. Der hat den Papstbonus, der Kollege. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. So, hinrichten. Und damit gehört oben uns und damit sind wir der Kontrolleur des Papstes, das war ein theoretisch. Ah, ich hab das Spiel gewonnen. Das ist ja perfekt. Das bin ich. Das heilige Römische Reich hat die zersplitterten Länder Europas im Licht des Christentums geeint. Der schon jetzt legendäre Kaiser treibt seine missionierenden Armeen voran, um die ganze Welt mit dem Licht Gottes zu erleuchten. Hübsch. Hübsch. Nein, wirklich hübsch. Ähm, ja, dann finden wir jetzt hier einfach abschließende Worte tatsächlich. Wenn wir uns das in Anfang noch mal kurz anschauen. Ne. Also, wir spielen nicht weiter. Wir nutzen das jetzt hier tatsächlich, gehen es noch überhaupt müde zurück und lassen das Ganze mal ein bisschen Revue passieren. Medieval 2 Total War ist ja in der Zwischenzeit wirklich, es ist 2008 erschienen, glaube ich, wenn ich mich komplett täusche. 2006. November 2006 war es. Ist es erschienen, ist jetzt in der Zwischenzeit fast 14, bald 15 Jahre alt. Also, das ist ein 15 Jahre altes Spiel dann quasi, ab nächstes Jahr. Und das ist schon etwas, da muss man auch wirklich mal irgendwo auch Anerkennung zahlen, dass dieses Spiel auch immer noch heute so gut funktioniert, dass es so gut spielbar ist. Die Musik ist einfach unglaublich stimmungsvoll. Die Spielmechaniken sind bis heute unerreicht in dem Genre, in dem Total War Genre an sich. Die Mechaniken sind so schön gehalten, auch mit den Siedlungen, mit Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Einnahmen, Ausgaben, Rebellenarmeen. Das ist alles so schön. Das Einzige, was ich mir bis heute wünschen würde, ist, dass die Diplomatie ein bisschen besser gewesen wäre. Jetzt mal davon abgesehen, Medieval 2 Total War, jeder, der es nicht hat und Total War Fan ist, ist auf alle Fälle ein Pflichtspiel. Man kann es auch heute noch super spielen, das läuft problemlos auf allen PCs. Im Gegensatz zum Beispiel zu Rome Total War, das lief ja ganz anders. Rome Total War ist ja bis heute auf neuen PCs fast unspielbar, weil die Grafikkarten damit nicht klarkommen. Das ist ein bisschen schade, außer die Kampagnenkarte natürlich, aber Schlachten kann man fast nicht spielen, so ist ich nicht. Aber Medieval 2 Total War funktioniert problemlos. Es gibt auch unzählige Mods für Medieval 2 Total War. Es gibt eine Herr der Ringe Mod, es gibt eine Warhammer Mod, es gibt wirklich unzählige Modifikationen für Medieval 2 Total War, was komplett modbar ist in der Zwischenzeit. Man kann alles modden, Karte, Einheiten, Sounds, also da ist alles möglich, da gibt es ja alle Mod-Tools in der Zwischenzeit. Und ein Spiel, was mir auch sehr viel Spaß immer bereitet hat. Ich habe auch schon hunderte Stunden damit verbracht und ja, habe mich gefreut, dass ihr dabei wart bei dieser Kampagne und hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Projekt wieder. Vielleicht auch mal am Ende nochmal, naja, 50 Likes. Wäre natürlich schön, weil es die wenigsten jetzt hier hören werden, weil ich natürlich am Ende des Videos bin, die meisten haben wahrscheinlich schon ausgeschalten. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das hier gerade noch anhört, was ich hier zu sagen habe, dann sehe ich mal quasi die alleraktivsten und allertreuesten von euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, dann grüßt ihr schon. Tschüss.